Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer Folge Rocket League, meiner ersten in diesem Fall. Und ich hoffe, ihr werdet sie genießen, denn ich habe eine kleine Überrasche für euch. Und zwar habe ich ein paar Schlüssel gekauft und ganz viele Kisten haben gespart. Ihr mittlerweile wisst, es sind sogar die sogenannten Weltmeisterkisten 4 raus. Und ihr werdet definitiv genießen dürfen, wie ich davon so ein paar aufmache. Ich muss genau zu dem alle und ich habe vier. Anfangen tue ich trotzdem der Reihe nach mit der in Ersten erst mal an. Ich hoffe natürlich, dass es direkt zum Start so ein paar schöne Dinge gibt. Ähm, alle Sachen, die rauskommen, größtenteils, werde ich auch tauschen nach einer Zeit. Wow, das ist ja immer fast eine krasse Eröffnung gewesen. Also, da haben wir schon mal für den Dominus eine Eröffnung. Das ist nicht schlecht. Aber der Tankgummi wäre besser gewesen, definitiv. Mein Ziel persönlich ist, definitiv mysteriöse Aufkleber zu bekommen, weil ich habe noch gar keine von. Könnte ich mal so gut gebrauchen. Ähm, von daher hoffen wir mal, dass das was wird. Und dann mal schauen. Kakumi Anubis. Okay. Ich bin nicht ganz so super gesprächig, von daher, ähm, jetzt bin ich übel. Ich lasse mich einfach überraschen, was hier kommt. Und freue mich über alles. Das war die dritte Kiste eins jetzt. Mal gucken, drei habe ich noch. Perfekt an allem Wichtigen vorbei, ne? Aber perfekt an allem. Unglaublich. Unglaublich. Das sieht krass aus. Zwei Kästen haben wir noch. Wer weiß, vielleicht kommt ja tatsächlich noch mal irgendwie was. Das wäre zumindest zu wünschen. Ah, Chakram! Chakram! Zertifizierte. Sehr cool. Oho. Chakram-Reifen habe ich sogar schon. Einmal blau und einmal rote. Das heißt, ich habe jetzt zweimal rote. Also steht einmal Chakram-Rot zum Klappschrank. Das ist doch mal nicht schlecht. Hallo, Kaliente. Dominos. Ah, ich fang, ich fang schon wieder so an, ne? Na, Coach Gaming habe ich damit schon angefangen gehabt. Jetzt sage ich es wieder. Do-Mi-Nus. Oder? Habe ich gerade eben Dominos gesagt? Ich weiß es nicht. Naja. Kisten 1 haben wir damit durch erstmal. Oha. Stürmer und befahrene Distanz. Hm. Ich denke, die werde ich dann benutzen. Und die Chakram normal werde ich dann tauschen. Hm. Die Zweierkisten muss ich gestehen. Ähm. Das ist nicht ganz so mein Ding. Weil. Ne. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Ding. Deswegen werde ich die auf jeden Fall nicht öffnen. Dafür aber wiederum von der Champion Kiste 3, wo der Breakout S, Type S, die Hypernova und auch Dirt mehr da drin ist. Eben so sehr wie die Diskothek-Reifen, die ich bereits habe. Und die Pulsos-Reifen, die ich hatte. Aber getauscht habe. Ähm. Finde ich alle extrem cool. Von daher werde ich davon ganze 10 Kisten aufmachen. Um mal zu gucken, was ich da rauskriege. Na. Na. Wollen wir mal schauen. Also wenn ich nach 5 Kisten schon eine geile Sache bekomme. Ah. Scheiße. Iiiiih. So knapp. Aber wieder ein Dominus-Aufkleber. Und du. Das lag der dritte Dominus-Aufkleber, den ich heute schon gekriegt habe. Aber um das aber zu Ende zu sagen. Wenn ich bis zur 5. Bis zur 5. Kiste ein Auto oder eine sehr seltene Reifen bekomme. Also gelbe. Ah. Da müsste mir aufkleben auch vorbei. Scheiße. Dann werde ich mir die restlichen 5 aufsparen. Am Ende. Für andere 4er Kisten. Oh. Das definitiv schon mal. Und weiter geht's. Kiste Nummer 3. Da, da, da. Nein. Doch nicht dazwischen. Breakout, fuck. Jörg. Äh. Die Reifen oder Darkmatter. Das wäre voll geil gewesen. Kiste Nummer 4. Zwei Kisten hast du noch mit. Stoppen. Oh. Diskothek greifen. Geil. Sehr nice. So. Aber. Ich hab ja gesagt. Äh. Fünf Schlüsse mach ich auf jeden. Warte mal. Moment mal. Vier Kisten. Vier hab ich übrig. Dann hätte ich noch sechs Schlüsse. Wenn ich jetzt also noch einen benutze. Hab ich noch fünf Schlüsse übrig. Also. Eins geht noch. So. Und danach kommen die Champion Kisten. Die Weltmeister Kiste. Vier dann. Danach mal gucken. Wie mir das Glück holt ist. Oder halt eben auch nicht. Höh. An der Hü 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 Panova vorbei. Das ist uncool. Naja. Schade. So. Champion Kiste 4. Gleich mal einen Blick vorweg. da gibt es so ein paar aufkleber hier für den octane seht ihr schon den roadhog das größte auto in rocket league den hotshot den finde ich ziemlich crazy aber ist nicht mein ding der sieht lustig aus vor allem die cappi total in der luft mega lustig und für den x-level auch nicht schlecht der breakout ach du scheiße immer diese kopfbums dinger jetzt haben sie für den roadhog schon eine schlangenhaut gemacht octane kilowatt sieht sogar gar nicht schlecht aus muss ich sagen und dann kommt mein lieblingsding so ziemlich die spirales reifen da sieht man die haben einen grünen streifen außen nicht so schlecht finde ich recht auffällig aber trotzdem recht ruhig sag ich mal die fsl reifen sind auch nicht schlecht definitiv besonders weise komplett hier rot im reifen sind aber die haben auch diese feuer verbindung hier ist auch nicht schlecht muss man ja sagen also die hätte ich schon gerne für die rote seite und die dann hier für die blaue oder so extrem cool ja für den octane dann mittlerweile eine zsr-version also eine getunete neue so wie es für den dominos den gt oder den takumi xt oder in den breakout type s gab jeweils eine getunete version des der standard version der standard cover und dann das was ich auf jeden fall haben möchte proton da hat mir da habe ich gekriegt aber da hat mir da wird so langsam langweilig deswegen proto wäre jetzt so mega geil da gibt es noch von der reifen her zum zumba zumba mega krass er kriegst voll so schwindelig so ein anfall voll heftig und dann die r51 r51 totischen rede voll cool gemacht einfach nur pulsieren aber mein fall ist es definitiv nicht weil ich mag das nicht so wirklich und natürlich den mysteriösen aufkleber mal gucken inwiefern das glück mir heult ist hier ja irgendwas wichtiges irgendwas tolles irgendwas womit ich was richtig schön anfangen kann ganz knapp an der fsl vorbei das wäre ja richtig geil gewesen breakout verzerrung den breakout fahr ich nicht dadurch könnt ihr euch eventuell darum schlagen wenn du weit ich bin auf jeden fall bereit so einiges zu tauschen ihr bekommt damit was ich unbedingt haben möchte also falls ihr irgendwie was dagegen tauschen wollt die reifen ärgerlich hot shot wieder ein aufkleber mehr zum tauschen kommt schon leute es muss doch mal glück dabei sein jetzt vielleicht natürlich nicht wildfire für den roadhog oha roadhog habe ich sogar zertifizierte aufkleber auch noch oha mal gucken vielleicht starte ich den damit aus und die letzte kiste ich hoffe ich habe das glück ich habe die spirales reifen sehr geil so hier die diskothek reifen in normal werde ich definitiv tauschen ich habe sie noch einmal in lindgrün aber die brauche ich gar nicht jetzt kratme so auf ich würde sagen dip 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 roadhog anpassen und zwar hä hat doch ein aufkleber für den roadhog bekommen oder hm ne egal habe ich halt falsch gelesen wahrscheinlich oder so äh reifen 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 bin ich grad blind nein hier ja das sind die lindgrün die ich hatte und das sind die normalen sieht auch nicht schlecht aus muss ich ja sagen aber wenn ihr interesse daran habt bitte 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 scheitzer hier gehe ich nochmal auf mein main zack mein breakout type s und dann auf der blauen seite wollte ich wohl gerne eigentlich die spirales rede haben blablabla 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 sieht sogar gar nicht schlecht aus muss ich sagen gefällt mir oh ja oh gott ah ich finde wirklich dazu passen und die wirklich immer noch ne ah ich bleib dabei und da mach ich die stürmer auf orange so da das da das wunderbar so bleibt es aber die spirale ist aha falls die aber jemand ähm gegen den octane oder die fsl reifen tauschen will bin ich gerne dafür bereit weil ich muss sagen die fsl reifen die würden besser auf der roten seite passen als meine ähm chakram so falls ihr interesse daran habt schreibt sie in die kommentare ich bin gespannt und dann kann man vielleicht zum tauschen übereinkommen ja achso genau das wollte ich ja auch noch machen ähm für die leute die es interessiert oder die interesse haben oder sonst wie ähm bisher hatte ich hier anfragen wie in dieser blitzspur die habe ich jetzt mittlerweile doppelt das heißt ich tausche auch eine ich müsste mich nur anschreiben und noch dazu jetzt kommt das krasse das ist ja blitz normal so blau hab ich das ganze noch mal in gelb bekommen voll krass einfach mal leuchtendes gelb letztens bekommen richtig cool also jetzt muss ich kurz überlegen ich glaube am besten kann man das so zeigen blitz da seht ihr meine sehr seltenen raketenspuren die ich doppelt habe sprich einmal schatz einmal und einmal blitz also hier unten in der Mitte da könnt ihr schön sehen was ich zu tauschen habe von den sehr seltenen raketenspuren ansonsten ähm ja so ziemlich fast alle aufkleber die ich habe tausche ich eigentlich event zeugs tausche ich definitiv nicht ähm ja die blauen chakram werde ich auf keinen fall tauschen die finde ich mega cool die würde ich auch behalten ähm champions kisten 2 und 3 wenn ihr daran interesse habt schreibt mich definitiv an die tausche ich auch genauso wenn ihr jetzt zum beispiel irgend so ein reicher mensch seid und ihr habt jede menge kohle und wollt jede menge kisten aufmachen weil ihr es toll findet ähm tausche ich das auch gerne gegen irgendwelche sachen gar kein problem ähm diskothek wie gesagt tausche ich beide alle aufkleber so ziemlich die hier sind die restlichen schüssel bewahr ich mich schon auf vierer kisten ja und damit habe ich schon fast alles ausgesprochen ja wenn es euch gefallen hat dann lasst mir bitte einen Daumen da haut mir was in die kommentare unten rein damit ich mir eine meinung bilden kann damit ich meine videos immer weiter verbessern kann das hilft mir definitiv sehr und dann würde ich sagen schaut beim nächsten mal wieder rein man sieht sich ciao ciao